Peter ist auf dem Weihnachtsmarkt hier, am Rathausmarkt. Man kann sagen, die Sauf- und Fress-Saison ist wieder eröffnet. Ich glaube, am Weihnachten denkt doch keiner, nur Fress- und Sauf ist ja angesagt. Peter schwingt hier noch ein bisschen rum. Guck mal, wer kommt schon auf dem Weihnachtsmarkt um 14 Uhr? Kein Mensch, nur Peter als Ränder und die ganzen anderen wie den Fresser hier. Guck an, die hauen rein hier, ohne Ende. Ja, gut, wunderbar. Ich sag nicht mehr, fröhliche Weihnachten ist auch fröhliches Fressen, das ist besser. So ist uns fröhliches Telefonieren, das ist alles okay. Aber Jungs, wir müssen die Leute nehmen, die kommen, alles klar, gut. Ich wünsch euch einen schönen vierten Advent und dann haut mal rein und dann drei Punkte Hartz. Was ist los mit euch? Jetzt kommen die Wilden hier, hör mal auf, wir wollen die Wilden hier mal auf. Ich hoffe, dass ihr HSV-Fernseher habt. Natürlich! Nee, sonst gibt das natürlich keine Order, da fahr ich schon, hau rein hier, Lunge! Servus!